Bei uns ist es eine Verschöße. Okay, äh, Schwert, 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 Schwert. Danke. Der Ende ist der Ende. Das kommt rein, oder? Wir müssen stehen. Hier ist das Ding wieder rein. Ja, hier kommt Spiegel. Das Ding ist in der Mitte. So. So, wir fangen, wir fangen so an. Wir sind immer noch im Bild. Ihr müsst ganz, ihr müsst ein bisschen ruhig sein, dann funktioniert das. Okay, und eins, ich darf nicht aufstehen. Ich darf nicht aufstehen. Bereit? Auf geht's. Eins. Zwei. Drei. 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 » 2 2 4 4 3 1 weiter 5 Machen wir nochmal Machen wir nochmal 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 Okay A little bit of explanation about this little piece Leroy found something interesting in here Which is the pressure that you can apply after the first versetzen So We go through this again Warten wir mal Zeig was doch Anderseite ist glaube ich besser Okay We go through this again So He attacks my arm And I do versetzen Just carry here And what he does now is He goes up With the gehits And Gives And Gives Gives Goes on my wii And Brings my And puts my blade away So with this little turning movement He Turns my blade away So My carry on this is again With a short edge So my blade is already in the right position Button This one is Interesting Noting In this piece Okay Thanks And Thank you Sat IELB Hold on Go up There We are funds Are Need Many Knows альное Can Start